Herzlich Willkommen auf der schönsten Baustelle der Schweiz. Wir wollen den Baufortschritt anschauen und schauen, was aktuell gerade gemacht wird. Kommt doch mit! Die Schilderung des Dr. Pferde. Die Schilderung des Dr. Pferde zu gespeichern. Schilderung des Dr. Pferde. Die Schilderung des Dr. Pferde. Hier haben wir die Hebenbühne an dem Ort, wo wir jetzt sind. Da steht natürlich ganz viel Baumaterial. Da stehen nachher Oldtimer, Getriebe, Motoren, Ledersitz, all das was das Leben eben schön macht. Die ganze Fläche ist für Mad Motors. Da steht auch schon die erste Wand der Oldtimer-Werkstatt. Und dann gehen wir hier ins Büro des Chefs vom Artikel. Besonders emotional für jeden Besitzer von Klassiker Oldtimer und Youngtimer ist natürlich die Ein- und Hausfahrt für uns zu Hause von seinem Liebling. Und da gehen wir mal schauen. In zukünftige Einfahrt machen wir noch ein bisschen ebener, als das jetzt ist. Logischerweise. So, und da seht ihr jetzt, wie die Wände für die Einfahrt gerade aktuell betoniert werden. Und wenn ich das Fahrzeug zurückbringe und ich in der Autohalle gelagert habe, dann komme ich über die sogenannte Catwalk ins Gebäude hinein. Das bedeutet, auf der Seite, die jetzt gerade betoniert wird, ist die Lobby und das Restaurant. Und wenn ich dann da ins Gebäude hineinfahre, gerade auffahre, dann fahre ich direkt zum Fahrzeuglift, die mich dann in mein Geschoss bringt, wo mein Oldtimer lagert ist. Da, wo man jetzt die Baumaschine gehört, gehört man hoffentlich in Zukunft die Motoren. Auf das freue ich mich persönlich besonders. Und wenn ihr Fragen habt zu den Autohallen, zu unserem Angebot generell, kommentiert, schreibt uns, E-Mails oder auch hier auf Facebook Messenger. Und dann wünsche ich euch eine gute Woche und bis bald wieder. Danke fürs Zuschauen.